Ich hab nix verändert und ich hoffe, dass sie jetzt bei den Kaschen kriegen. Bei mir! Irgendwo ist so ein deutscher Volltrottl, der mir auf die Eier geht. Ist der bei mir? Wo ist denn das so ab? Ja, der ist eh drüben in Wand und Team Level 17, oder? Kleine Drixer! Ich hab's ja weit schon. Ich hoffe, die sind hier wirklich schlimm! Ich hab' den Hohen! All den Hohen! Schoma, da wie ist das? Mit der Kauwa! Ja! Ui da, du kleiner! Ich wusste ja. Ja, wo? Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Ja, weil ich immer zühlen muss. Das wäre das beste sein. Ja genau, er rutscht auf mich zu. Ich schieße mit der Schrot im Kopf. Und er geht nicht drauf. Da! Mitten in so Scheiß fressen. Ein Kamerad hat Versinger angefordert. Da stehen sie wieder so. Hinter mir. Ein kleiner Rapport um einen Haufen geschossen da. Ja, spart eine Kugel für was Ernsthafteres. Sonst warten wir. Einfach drauf holen! Spawnt der neben mir, die Sau. Zum Kacken. Zum Kacken. Feindliche Drohnen. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Zuwachen. Musik Zahaba. Jaaaah. Pfeindlicher Warden nähert sich. Deckel. Musik Mit dem Rosenmauer gehen wir so einen Scheiß auf dich, Alter. Ich bin auch von Trottl-Krotter, wo es am meisten angeht. Stimme, Packe hin! Okay, wir setzen eine Drohne neu ein. Wer auf mein Packel bleibt noch? Ja, genau! Feindliche Drohne in Oranell. Ah, selber schweet. Ich bin ja so deppert, Alter. Ich bin ja so. 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 Ich bin ja so.